Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Folge von Was ist das? Ich habe drei Tipps für euch und ihr sollt raten, was ich euch als nächstes vorstelle. Der erste Tipp 534 Pixel per Inch und 76,4%. Der zweite Tipp Lautsprecher mit Bassverstärker und der letzte Tipp QHD Laser 2 Terabyte. Habt ihr eine Ahnung, was ich euch als nächstes vorstelle, dann ab damit in die Kommentare. Das war's von mir, ciao.